Hadi, darf ich dir was in die Hand geben? Ja. Wir bleiben gemeinsam auf der Bühne. Stay with us, please, Mr. Belafonte. Weil jetzt möchten wir eigentlich nur noch, aber was heißt schon nur, wir möchten Ihnen sagen, wie viel Geld heute Abend zusammengekommen ist. Und dazu öffnet sich diese Tür und alle Mitwirkenden des heutigen Abends kommen herein und bringen unser aller großes Herz für Kinder. Vitali Klitschko, Joachim Löw und alle, die heute Abend mitgemacht haben, vielen, vielen herzlichen Dank. Kommt nach vorne. Pusch hier mal durchs Bild. Dann dreht es doch freundlicherweise einmal um. Ach so, da steht noch gar nichts. Ach, das ist diese Spannungsnummer. Darf ich mal? Ich fang mal hier an. Schon mal gut. 471. Ist doch für alle spannend, ne? Komm, alle gucken. 9471. 69471. Und weil es nachher sowieso Jubel gibt, sage ich jetzt schon mal, danke, 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 dass Sie alle gespendet haben. 269.471. Sechs. Und wir hatten ja einen Zwischenstand. Sodass ich stark hoffe, dass da vorne noch eins dran ist. 16.269.471 Euro für ein Herz für Kinder. Danke, Christine. Vielen Dank, Elisabeth. Vielen Dank Ihnen allen für Ihr Mitwirken bei ein Herz für Kinder. Kommt her. Jakob, Renet, Melia, Twashana. Komm. Danke für Ihr großes Herz für die Kleinsten. Und danke, dass Sie bei unserer Gala hier im ZDF dabei waren. Sie können noch bis morgen Abend anrufen. 18.00 Uhr. 018.02. 10.10.10. Online-Spenden unter www.ehfk.de. Jetzt kommt's heute zum Journal. Anschließend die Kolleginnen und Kollegen vom aktuellen Sportstudium würden sich auch sehr freuen. Und wir sagen einfach noch mal ganz, 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 ganz herzlich Dankeschön. Und schönen Abend und eine schöne Adventszeit für Sie. Alles Gute aus Berlin. Tschüss. Danke. Danke. Danke.